Dies ist die Geschichte von Sarah aus Ottenstein. Sie geht sehr gerne bei Aldi einkaufen. Eines Tages war sie sehr kaufsüchtig und ging wie immer nach Aldi. Was kaufe ich heute wohl ein? Ich laufe mal, ficken gleich Juhu, zum Obst. Naja, frisch ist es nicht mehr, leider. Ich muss scheißen. Auf zum Scheißhaus. Sarah zieht ihre Hose herunter und lässt eine große Wurst in den Obstkorb. Sarah sagte, Ja, das war gut. Ich gehe dann mal nach Hause. Als Sarah nicht mal fünf Meter weg war, ging eine Kundin zum Obstkorb und nahm das ganze Obst heraus und legte es in ihre Einkaufstasche. Dann ging sie zur Kasse. Auf dem Weg zur Kasse fielen alle Leute einfach um. Das war die Geschichte von Sarah aus Ottenstein. Dies ist eine weitere Geschichte von Sarah aus Ottenstein. Sarah ist jetzt schon 34 Jahre alt und weiß nicht genau, was sie machen soll. Plötzlich kommt sie auf die Idee, den Kopf ins Klo zu stecken. Dabei saugt sie den kompletten Südpazifik leer. Als die Polizei deswegen vor der Tür stand, tumpelte Sarah, sie ist jetzt übrigens 989 Billionen Tonnen schwer, zum Schlafzimmer. Die Polizei konnte einfach nicht auf Sarah warten und traten die Tür ein. Plötzlich pisste sich ein Polizeibeamter mit 342 Bar in die Hose. Die zwei Kollegen, die mitgekommen waren, zerfetzten von der Wucht. Es war aber immer noch ein Polizist am Leben, Sarah wusste das. So ging sie in den Keller und schaltete die Kanakenpresse auf Stufe 42. Sarah musste aber vorher noch den Gutscheincode von der Kanakenpresse in die Konsole eintippen. Nun war es geschafft. Der Polizist wurde so zerquetscht, dass sogar Tiere ihn nicht mehr erkannten. Dies war Teil 1 der Geschichte von Sarah aus Ottenstein. Mehr im Laufe des Albums. Sarah aus Ottenstein Teil 2 Nachdem alle Polizisten tot waren, war Sarah jetzt endlich wieder alleine. Sie ging die Kellertreppe hoch und verlor nebenbei ihre zwei Hände. Verdammt! Was soll ich jetzt machen? Das Treppengeländer ist doch jetzt überflüssig. Ich werde es trotzdem mal versuchen. Ganz ganz vorsichtig wagt sie sich vor. Dabei spritzt überall Blut rum. Das passte perfekt. Sarah hatte tierischen Durst und hielt ihre Hände in den Mund. Ihr Durst war gelöscht. Jetzt hat sie wieder genug Power um die Treppe hochzulaufen. Doch was ist das? Sarah rutscht mit voller Wucht aus. Als sie aufklatschte flossen mit voller Wucht die 989 Billionen Tonnen Wasser raus. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah insteadHaetti. Hilfe! Ich sterbe! Erdbeben aus. Das Beben hatte eine Stärke von 532,0. Aber es normalisierte sich wieder alles. Sarah ging nun die Treppe hoch und öffnete die Tür. Hallo, ihr Erdbebenauslöser. Mir geht es heute nicht gut, ich will allein sein. Geht zum Teufel, ihr Scheißidioten mit gut im Gesicht. Bye bye bye. Einer der Töchter hielt ihre Hand zwischen der Tür und guckte komisch. Warte mal du Supermutter. Was soll die Scheiße? Warst du zu lange im Aldi? Ich dachte wir machen heute Abend Tannenzapfen zusammen. Du hast uns das doch versprochen. Ja, ja, lass mich doch in Ruhe, ich habe genug zu tun. Steck dir doch deinen Finger in den Arsch, das macht Spaß. Und nun muss ich wieder rein, ich habe noch einiges zu putzen. Alles klar. Ich rufe dich dann morgen an. Denk bitte daran, dass du dir neues Blut im Supermarkt kaufen musst. Ist momentan im Angebot. Nur 44 Cent pro Liter. Bis dann, bye. Dies war Teil 3 der Geschichte von Sarah aus Ottenstein. Teil 4 folgt im Laufe des Albums. Sarah aus Ottenstein Teil 4. Sarah versuchte alles aufzuwischen, leider vergebens. Es war einfach zu viel Gedärme auf dem Boden. Da bekam Sarah plötzlich Hunger vom Anblick. Mann. Ich habe so einen Hunger. Ich habe ja noch Essen von vorhin auf dem Tisch. Na gut, dann werde ich jetzt eben essen. Das Essen sieht sehr lecker aus. Es gibt Kartoffelbrei mit Gurkenscheiben. Nun zieht Sarah ihre Hose herunter bis die Arschritze überm Teller ist. Sie entspannt sich und dann zieht sie plötzlich komische Grimassen. Mit einem Zug saugt sie sich das Essen in die Arschritze. Nun war es geschafft und Sarah ist satt. Gut. Das war sehr, sehr lecker. Ich denke mal, ich werde später nochmal essen. Jetzt muss ich erstmal weiter aufwischen. Sarah versuchte einfach alles. Es gelang ihr einfach nicht alles aufzuwischen. Da kam sie auf die Idee sich hinzulegen und die Gedärme durch Rutschen auf dem Boden in die Ecke zu schießen. Dabei bekam sie ganz oft Gedärmestücke in den Mund und schluckte es sofort runter. Dies war Teil 4 der Geschichte von Sarah aus Ottenstein. Mehr im Laufe des Albums. Sarah aus Ottenstein Teil 5 Nachdem Sarah jetzt endgültig satt war ging sie spontan in die Stadt. Sie musste mal wieder nach Aldi. Angekommen zog sie ihre Hose herunter und piste den Gang voll. Dann kam ein Angestellter auf sie zu. Was wollen Sie von mir? Haben Sie was Falsches geschluckt? Ich verstehe kein Wort. Hier pisst doch jede Sau in den Gang, das ist doch was ganz Normales, oder etwa nicht? Sarah vergass, dass sie sich zuvor mit dem Ultrabiemer nach Italien teleportiert hat. Sie war also in einer italienischen Aldi-Filiale. Ammiration e invidia per chi possiede Google, ma il motore di ricerca non può vivere da parassita apostrofo punto L o ha detto lo stesso. Leck mich doch am arsch du Gurkenkopf. Ich gehe freiwillig. So eine Frechheit. Dieser Laden ist für mich gestorben. Auf Wiedersehen und ein frühes Sterben. Dies war der letzte Teil von Sarah aus Ottenstein. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Klaus Sarah aus Ottenstein im Gefangenenlager Teil 1 Sarah hat extrem viel Scheiße gebaut. Sie hat sich zwölf unreife Tomaten unter die Fingernägel geschoben. Die unreife Obstkontrolle, kurz UOK, hat dies sofort rausbekommen und steckte Sarah sofort ins Gefangenenlager. Es war aber kein normales Gefangenenlager. Da sie so extrem gefährlich war, wurde sie zur 2300 Kilometer entfernten Türkei geflogen. Verdammte Scheiße nochmal mit Kacke im Gesicht. Ich habe doch nichts gemacht. Was soll denn das? Warum die Türkei? Habt ihr etwa nichts zu tun, oder wie? Sie können mich mal, ich werde nichts sagen. Turistik ve kültürel değerlerinin etkili ve geniş bir şekilde tanıtılması ve uluslararası turizm pazarındaki payımızın arttırılması amacıyla, katılmakta olduğumuz uluslararası turizm ihtisas fuarların. Jo, alles klar. Ich habe schon verstanden. Na dann mal los. Oh mein Gott. Was macht Sarah da? Sie holte eine Karotte aus ihrer Jacke und steckte sie den Polizeibeamten tief in den Arsch, bis sie wieder aus dem Mund rauskam. Haha, das hast du nun davon. Mal schauen. Ah, da sind die Waffen. Ich hole mal eine aus dem Kasten. Leider war der Waffenkasten verschlossen. Sarah brauchte aber nur auf das Schloss spucken und sie war auf. Was Sarah da für eine Waffe rausholte, war keine normale Waffe. Es war eine Türkenhacksäge. Die Türkenhacksäge hat 228.345 Umdrehungen pro Millisekunde. Ideal, um alle Polizisten aus dem Weg zu räumen. Jetzt mach ich euch fertig. Jetzt geht die Party erst richtig ab. Es kamen ca. 15.321 Polizisten pro Quadratmeter auf sie zu. Komischerweise hatten fast alle Polizisten eine Zylinderkopfdichtung auf dem Kopf. Haaaaaaa. Jaaaaaaa. Ihr Wichser. Haaaaaaa. Wie geil. Juhu. Ihr Saftsäcke. Ich habe nichts getan. Blut, 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 Blut. Das Ganze dauerte nur ein paar Sekunden. Der komplette Gang war nun mit Körperteilen und Blut versperrt. Dort war kein Durchkommen mehr. Fuck off. Was mache ich denn jetzt? Ah, ich habe eine Idee. Sarahs Idee war nicht gerade lecker. Sie springt mit einem Körper wie in einem Hallenbad in die Körperteile. Als sie durchschwimmt, wollte sie noch ein paar Bilder aufhängen. Es war geschafft. Die Wand war nun schön dekoriert. Dies war Teil 1 von Sarah aus Ottenstein im Gefangenenlager. Untertitelung des ZDF für funk, 2017